Oberösterreich kocht wird Ihnen präsentiert von Haker Küche und Maxi Markt. Herzlich willkommen zu Oberösterreich kocht. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ich darf Sie aus dem Haker Küchenstudio begrüßen. Es kocht für Sie Christian Göttfried von Essen, Trinken, Schlafen, Göttfried in der Linzer Altstadt. Was machen wir denn heute? Heute machen wir so Lamm-Tandori-Spieße mit turnierte Champignons und so ein bisschen Gemüsesalat. Auf den richtigen wir das an. Gut, das heißt, wir haben die Grillsaison in der Küche eröffnet. Praktisch, genau. Wir haben die Feiermel dazugebickt und fangen jetzt indoor zum Grillen an. Ja, los geht's. Was ist meine Aufgabe? Du kennst mir gleich direkt den Tandori-Spieß, also die klassische Würzzubereitung. Etwas Joghurt, Limette, Ingwer und Chili. Chili sehr fein, bitte. Und ganz wenig von dem Kreuzkümmel dazu, bitte. Sehr gerne. Und da marinieren wir gleich die wunderschönen Lamm-Felets, die wir übrigens von unserem Hobbykoch direkt haben. Wirklich, einer unserer Zuschriften-Gewinner. Super Kocher. Ja, hallo. Sehr sympathisch. Ich turniere jetzt gleich mal die Champignons. Uh, was heißt turnieren? Das hast du mir ja versprochen, dass du sagst, wie das geht. Genau, das heißt, wir geben die Champignons einfach nur eine andere Form. Schau. Und dann machen wir oben das Zupferle so runter. Das geht natürlich relativ einfach, wenn man es kann. Wenn man es nicht kann, ist es ein bisschen schwieriger. Aber ich lasse da gerne rüber zum Probieren. Einen kannst du mal lassen, ja. Unbedingt. Und turnieren heißt das, diese Arbeit, oder ist es Zuputzen turnieren? Form geben heißt ja eigentlich turnieren. Turnieren. Genau. Was kann ich nur alles turnieren? Nein, Zucchini, Karotten, Kartoffeln. Sämliches Gemüse, was ich schneiden lasse. Du, Birnen, die Haare. Sehr gut. Ja. Ein bisschen Salz, ein bisschen Joghurt und den Dingspaffen. Das Fleisch, ja. Ah ja, genau, das Fleisch war auch gut, wenn wir es reinlegen. Und da nicht zu knapp mit dem Salz, oder? Genau, da kann man schon richtig salzen, weil das Joghurt frisst natürlich einiges. Warum Tandoori, noch Tandoori-Art? Tandoori sind praktisch die Öfen in Indien. Ja. Die sind die großen Tonöfen, die bis zu 400 Grad Hasbeeren. Und dort tut man die Spießer stecken, die dort rein. Und Tandoori-Art ist praktisch das mit dem marinierten Fleisch. Das wird mit Joghurt, Salz, Chili und Ingwer dort mariniert. Etwas Limette müssen wir dann noch dazu nehmen. Und deswegen Grund, weiß ich nicht genau für euch, dass die Flüge nicht am Fleisch sind. Nein, Schmerz. Die Limette. Ich lasse da dann gerne noch eine über. Ja, bitte, unbedingt. Das Gute, wenn man so Limette mit der Hand ausdrückt, wenn die Finger so schön sauber sind. Das ist mir sehr wohl schon aufgefallen, ja. Aber ich habe es auch gleich am ganzen Abend gesehen. Ich muss mich Sonntag nicht mehr in Bad anlegen. Nein? Okay, schau, da gehen wir wirklich ein ganz kleines Hauchel. Kreuzkümmel. Praktisch gut, dass es mir nicht schmeckt. Und das lassen wir jetzt einfach ziehen? Das lassen wir jetzt so ganz kurz ziehen. In der Zwischenzeit schneiden wir uns unser Gemüse einfach recht, dass wir so schöne Spieße uns herrichten. Das mache ich auch ganz gern für dich. Ich mag nur schauen, ob ich... Aber jetzt geht's los. Jetzt pass einmal auf. Jetzt warte mal da so in der Mitte ansetzen, hast du gesagt. Ah ja, das war schon mal sehr gut. Am Anfang muss ich mal so flach runterschneiden. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Gehen wir da langsam in die richtige Richtung mit dem. Schau ich gleich mal, ob wir ein Pflaster da haben. Kannst du ruhig weitermachen. Ja, bitte ich. Du, es ist kein Sternenkoch vom Himmel gefallen. Und ich muss dir sehr zeigen, dass das was Weltliches ist, was wir da produzieren. Sternenküche und Himmel passt halt einfach nicht. Ich habe es ja schon mal gesagt. Alle Sternenkücher sind artig. Bösartig. Abartig. Abartig. So, etwas Salz tue ich zu meiner Schammer. Na, den Schampeln habe ich ja ordentlich vergagelt. Ich sage es, wie es ist. Aber man muss das üben, oder? Du könntest zum Beispiel anfangen zu büben. Das ist eine ganz leichte Übung. Schneiden Paprika, Silvia und Silvia. Nein, gar nicht. Du kannst so einen Kartoffeln nehmen, wenn ich so einen Kartoffeldruck. Oh, gemein. Ja, aber ich werde das üben und dann kann ich es das nächste Mal. Aber jetzt ist ein schönes, so schaue ich eine schön geschälte Schamke. Kein Traum. Darf ich da den Paprika schneiden? Weil ich markiere nur, dass wir wissen, was für einer da sein hat. Der mit dem Stern ist einer schon. Sterneküche. Sterneküche, Silvia Schneider. Nein, bitte. Das gießen wir auf mit ein bisschen Weißwein. Und lassen wir einfach da schon bauen. Die ganzen Abschnitte, die da überbleiben praktisch, die nehme ich dann gleich her und riechen sich so ein bisschen Gemüse her. Okay. Das wir dann da zu unserem Salat dazugeben. Das geht schon richtig los. Geht so gut los. Darf ich dir da so Quadrate schneiden, oder? Genau, so Quadrate, dass wir ungefähr gleich groß sind wie das Fleisch, damit sich alles gleich brät, bitte. Gut. Sehr gerne. Ich beginne da mit ein bisschen Olivenmüllen. Dazu gebe ich dazu ein bisschen Knoblauch schon. Das schaut schon aus wie in der Grillsaison. Hast du schon mal gegrillt bei dir im Lokal? Geht das im Innenhof, oder? Nein, es ist halt sehr schwierig. Das darf man mit den ganzen... Ich sage jetzt, man macht einfach... Mitten in der Stadt ist das praktisch einfach nicht möglich, wenn wir ganz ehrlich sind. Ja. So hat man das tut nicht los, weil es einfach zu stinkert. Das sind wirklich gleich die Grillerei. Und jetzt kommt das Beste. Kennen du das auch nicht. Geh, hör doch auf. Ich habe mir gedacht, du bist der absolute Grillmeister. Nein, ich bin der absolute Biertrinker-Grillmeister vielleicht, oder bringe einen Kartoffelsalat mit. Aber grillen muss man natürlich wirklich auch können, und da bin ich nicht so. Ach so. Das ist das Schöne. Am besten kann ich Würsteln. Würsteln kannst du gut? Würsteln kannst du gut. Oh ja, schon. Das können wir jetzt natürlich alles, was an Paprika noch rot ist, ganz normal dazu. Die Abschnitte von den Champignons machen wir auch da dazu. Und das ist da quasi die Fülle, oder wie? Ja, die Fülle, oder mit Link ist praktisch dann so ein bisschen drauf, genau. Da sind noch so Zwiebeln, ich mache da so einzelne Zwiebelstücke. Ist das in deinem Sinn, ne? Ja, perfekt. Und die ganzen Abschnitte kannst du alles zu mir hergeben. Da lege ich das immer drauf her. Mit der Alfred Bioll hat ich mir gesagt, das ist ein Bio-Loch. Kennst du das? Nein, kann ich das. Da bist du jung, glaube ich. Das waren die ersten Kochsendungen, glaube ich. Ja, der Bio-Loch sagt mir schon was. Und der hat immer, wenn er gekocht hat, hat er da in der Mitte so ein großes Loch gehabt, wo die ganzen Abschnitte reinkommen sind. Das war das Bio-Loch. Ernsthaft? Ja, ich. So, das tun wir da rein. Das ist ja, her. Das ist da. Was darf ich noch machen? Dürfe ich den Salat marinieren? Oder das Fleisch schneiden? Du kannst das Fleisch schneiden, genau. Neun Stickerl wären super, dass wir immer so drei auf einen Spieß auftreten können. Warte mal, dann wird das das Gemüsebrett, das ordentliche. Ach so, das richtige Gemüsebrett, das würde ich fast deine ganzen Sachen zusammenzuppeln. Neun Mal. Und ein ganz kleines Bisschen, was ich jetzt da drinnen bei den Champignons hab von der Sauce, praktisch, damit wir schöne Säure zum Gemüse haben. Gehen wir da jetzt dazu, das ist in Wirklichkeit der Champignonsaft mit ein bisschen Salz und der reduzierte Weißwein. Das gehst du da ganz leicht ab. Ja, grillen haben wir gesagt. Das macht ja weh dann natürlich. Da stehst du die Magistrat gleich vor der Tür. Ja. Hast du jetzt zwölfe? Zwölfe. Zwölfe, super. Und jetzt mach ich es dir gleich. Gut. Jetzt sind wir halt gemeinsame Spießer machen. Spieß machen. Zwei Spießer. Zwei enorme Spießer. So. So überhaupt mit Joghurt eingelegt, hab ich, glaub ich, noch nie gegrillt. Wirklich? Nein? Wirklich? 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 Genau. Herrlich. Dann kannst du die ersten zwei in die Pfanne reinschmeißen. Gerne. Und die ersten zwei legen wir ein und die schicken wir wie der Teufel, dass wir die fertig kriegen. Ja. Und die Zuspeise ist alles schon fertig? Praktisch. Das ist ja toll. Das ist das Schöne beim Grillen. Was? Du hast alles rundherum fertig, dann legt man den Wurst drauf und sagt so. Los geht's. Ich hoffe, es melden sich jetzt sehr viele Leute, die den Christian einladen wollen zum Grillen. Ja, ich will sie. Wir schmeißen unsere Spießer in die Pfanne und sobald wir die zum allerersten Mal umdrehen, dann sind wir zurück nach einer ganz, ganz kurzen Pause. Bleiben Sie einfach dran. Die ganze Woche billig. Jetzt bei MaxiMarkt die besten Produkte eine ganze Woche billiger. 25% auf alle Süßwaren und Knabberartikel. Zum Beispiel Kelly's Chips, Pombia oder Soletti Salzstangerl. Jetzt nur einen Euro. Gerhard Hacke. Mein Mama sagt immer, es gibt nichts Blöderes als Warten. Stimmt. Deswegen gibt es die Hacker Küche Maske Tischlert in neun Tagen. Meinst du nicht in neun Wochen oder neun Monaten? Nein, in neun Tagen. Jetzt bei Hacker und den Hacker Markenpartnern in ganz Österreich. Maske Tischlerte Küchen in neun Tagen. Gleich geht's weiter mit Grundner Milch. Im original gemonten Keramikdesign. Oberösterreich kocht wird Ihnen präsentiert von Hacker Küche und MaxiMarkt. Herzlich willkommen zurück bei Oberösterreich kocht. Das wird gegrillt heute, Christian. Götfried hat in der Küche den Griller angeworfen. Es dampft und raucht schon bei uns. Dann tue ich Spieße gibts. Dann riechst du das jetzt. Die ganz leicht so angeschmolte Molke, was das jetzt praktisch über so gut gibt. Das schmeckt dann so frisch und gut. Ich mariniere dir den ganzen Salat, oder? Ja, das wäre super. Du brauchst wahrscheinlich zwei Platze, aber nachher können wir den ja zusammenputzen, oder? Ewig schon tun wir den Salat. Mit Limette und Salz, ja? Limette, Salz, Olivenöl. So, wie schon so ein Tellerfattel. Nein, bitte nimm doch deine großen Hände und ruft damit zusammen. Sehr gerne. Da gibt es ja einen super Limettentrick, aber den kennst du össlich, oder? Dass man zuerst rollt. Dass man zuerst rollt, aber ich habe das leider vergessen. Die waren schon halbiert deswegen. Und das Joghurt, magst du das noch irgendwie? Da könnte man so einen Dip vielleicht noch was machen. Was magst du reinhaben? Olivenöl, Limette, hätte ich im Angebot. Ja, super. Salz? Olivenöl, Limette, Salz. Ihr könnt dann auch noch ein ganzes bisschen Ingwer entnehmen. Mhm. Ein bisschen besser aus, geht das schon? Mhm. So. Und ich beginne schon zum Anrichten jetzt da. Das heißt, das war jetzt aber sehr schnell beim Grillen. Im Freien muss man oft länger warten auf seine Gerichte. Bis das Feier fertig ist, praktisch. Ja. Sehr fein. Ja, und in der kurzen Pause, wo das Gericht für Sie zubereitet wird, gibt es etwas zu gewinnen, und zwar einen 50-Euro-Gutschein vom Maxi-Markt. Schicken Sie uns eine E-Mail oder schreiben Sie eine Postkarte, warum gerade Sie diesen Gutschein gerne hätten. Ich habe die Spieße und ich fische mir sie jetzt aus, dass die nicht so durch werden darf. Ja. Okay. Kannst du ein ganz bisschen was von dem Joghurt geben wir dann noch drauf? Ah, das ist gut. Und Rosmarin an. Und auf geht's, oder? Und auf geht's überhaupt. Schon richtig. Du zeigst mir jetzt, wie man den Spieß entspießt, ohne dass das im Auge des Nachbarn landet. Bitte, viel Vergnügen. Genau. Okay, das ist aber ganz einfach. Ja. Man braucht halt einfach ein bisschen ein Gefühl. Aber sonst… Nein, deswegen geht's bei mir nicht so gut. Wirklich nicht so leicht. Ja. Schau her. Ah, das schaut super aus. Jetzt kalt ich mir mal den kleinen Tipp aus dem Zahnstacher noch auf und… Mahlzeit. Mahlzeit. Du, ich? Du natürlich. Magst du das Fleisch? Inklusive Soße. Ich muss das wieder drüber rutschen. Jetzt schauen wir, was das Lamm an kann vom Fachkollegen. So ein gutes Lamm. Nämlich… Sehr fein. Richtig gutes Lamm. Das Gemüse ist natürlich… Wow. Und die leichte Sommerküche geht weiter, gell? Perfekt! Ja. Ich freue mich auf viele neue Rezepte dann von dir, die uns dann noch quasi in den Herbst auch noch begleiten. Bleibt so leicht? Ja, natürlich. Es bleibt so leicht. Es passt ja zu mir. In dem Sinne wünsche ich mir Ihnen viel Vergnügen beim Nachkochen. Gutes Gelingen in der Küche. Und das letzte Wort hat der Christian. Mahlzeit. Ja, das ist gut geworden. 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 Und das noch части, wie mache ich mir-